so hallo meine freunde und herzlich willkommen zurück bei big frank gaming und jacuzza 7 wir werden jetzt unseren ehemaligen meister unser ehemaliges plan oberhaupt stellen hoffe ich zumindest mal ich sage mal ja er hat es ja auch verdient eine antwort zu bekommen als absolut getreuer diener des clans ja sollte der patriarch ihm zumindest rede und antwort stehen unseren ichiban das war der falsche aber egal der kriegst du trotzdem ins gesicht die schläge jetzt bin ich in raserei oder was kann mich nicht verteidigen ich hätte mich heilen sollen verdammt ich das war die falsche war jetzt habe ich gerade noch glück gehabt dass ich das verhindern konnte ja das war wirklich los ich hoffe dass ich mich jetzt noch heilen kann bevor es weitergeht ja hier finde ich schon eine ganze menge kisten erstmal handgranate ok stamina light verband und mysteriöses blatt jetzt auf jeden fall wichtig erstmal ausrüstung ichiban da können wir nichts mehr dran ändern okay gegenstände so stamina light 100 tp 100 mp wieder herstellen gut einfach mal eins von nehmen das sieht doch ganz gut aus deshalb gegessene bento bringen es nicht viel mysteriöses platz stellt 10 mp wieder her naja gut das sollte erstmal so reichen gut drückiger verräter gut drückiger verräter gut drückiger verräum Also, was du willst? Du bist für Geld gekommen? Du weißt, ich dachte, dass du dich gut fühlst. Du weißt, wer hat 18 Jahre verletzt, zu essen in deinem Ort zu essen? Ich bin sehr bewusst, was du getan hast. Aber du bist nicht bewusst, was heute passiert. Was? Es ist ein sehr wichtiges Event für den Boss. Ich kann nicht riskieren, eines seiner alten Grunts zu verletzieren. Also, die Wahl ist dein. Gehe wie ein guter Junge, oder sterbe hier. Ich gehe durch die Tür, und spreche mit meinem Boss. Du weißt, ich habe wirklich vergessen, wie zu sehen, dein schlusses Gesicht hat mich immer wieder zu töten. Ich dachte, das gleiche zu dir. Jedes Mal, du hast mich für keinen Grund. Nun, es sind 18 Jahre lang. Es ist eine Zeit, dass eines unserer Tränen tatsächlich kam. Glaube ich nicht. Jo, so was hier. Captain der Omi-Allianz. Stufe 8. Uh, der hält gut was aus. Viel Spaß. Hehehe. Hehehe. Ich bin glücklich, dass du aufgerest. Ich bin lange dauern für das. Ja, meinst du? So, doch mal wie lange du durch als Freund bist. Da gab es hier nicht irgendwas, dass noch mal eine... Naja, hier gab es nichts, was das alles verbessert, ne? Okay, dann können wir unsere Skills mal aufbrauchen hier. Das könnte klappen. Ja, das ist jetzt ein Sojajin. Ja, das ist doch gut. Das sollte klappen eigentlich. Vielleicht noch ein Stamina Light Zoom uns nehmen. So, Sojajin. Schlaf gut, mein Freund. Das war's für dich. Puh, 5000 gab das. Das ist nicht schlecht. Temperiert das Sicherheitsglas. Ein luxuriöser Gürtel. Ja, da kriegen wir ein bisschen... Ein bisschen cooles Lut. Das war's für dich. Also, das war's für dich. Das war's für dich. Es scheint, dass ich einen Besuch habe. Also, du kam. Ich dachte, du würdest. Du wirst niemals schreit. Boss, bitte sag mir. Warum hast du das gemacht? Wir haben hier ein Problem? Nein. Nichts wirklich. Kein Problem für dich zu beschäftigen. Boss... In Wahrheit... Es geht so gut. Das würde ich sagen, ist jetzt ganz klar das Zeichen, dass der Verrat perfekt gemacht wurde. Verraten, im Stich gelassen, in der Chancen. Ich ahne schon so ungefähr, was als nächstes kommen wird. Wir kommen in Kapitel 3. Wieso ist die denn jetzt zusammengenäht? Wieso ist die denn jetzt zusammengenäht? Ich nehme das Gefühl, da sinniert jemand nach Wache. Ich nehme das Gefühl, da sinniert jemand nach Wache. Morgen, Sun-Shine. Du vielleicht nicht eine Bühne haben, aber du hast einen Wednesday. Wednesday ist es, wenn sie das Essen holen. Deine Arten wäre es entkoppelt. Deine Wurzeln sind nicht komplett entgegen. Aber das Wurzeln, dass du bist, bedeutet, dass du einfach gut bist. only 9 time to go on home go home somebody is probably worried about you don't you have a family wife kids by the way you left to take the stitches out by yourself when it's healed listen Hey! Hat der Mann schon sterben? Er ist sterben, oder? Nein, er ist vivo. Oh Mann! Ich habe eine Betätung. Ich werde dich später beteiligen. Ich habe keine Geld im Moment. Es ist eine große Überraschung. Es sind ein ganz festes Stiches du hast mit dem Fischlinge gemacht. Du war wirklich eine Nurse, oder? Na gut, Wenn du nicht in eine Fischlinge warst, keine Stiches hätte ihn geholfen können. Mann! Könnte er nicht die Fischlinge haben? Hey! Wie viel Geld habe ich auf dich verloren? Nächste Zeit, einfach die Bucke. Was war das? Woaah! Um, dass es deine Schuld ist, ich frage mich, ob du kannst meine Betätung für mich? Oh, gib es eine Reste. Check es, ich habe ein paar große Sachen zu sprechen. Du willst einen, du schwerer Verlust? Oh! Du bist wirklich bereit, diese Bucke? Ich bin nicht sicher, aber ich bin bereit, zu einem fairen Betätung. Ich brauche Gas. Find mir eine große Kantein, und ich gebe dir einen Fisch. Oh, wirklich? Ich wusste, dass es ein Fisch war. Ich werde dir ein Gas finden. Also, du musst mir einen großen, einen großen! Einen großen! Hey, Mann! Huh? Was hast du? Ich habe so viele Fragen. Eh, wie kommt denn jetzt nach Yokohama? verstehe ich nicht ganz ja, frage ich mich auch was best I can but as you can see I can't do any real treatment here there are only two reasons you survived tough as nails you're lucky as hell bullet missed your heart your arteries and went clean out the back one hair to the left you would have been a goner damn well thank you man it sounds like you saved my life you're making it sound more noble than it is what I only helped because if you died here would have meant trouble what trouble where there's a dead body there's cops where there are cops there are questions I thought he had no Rücken halt and then the media comes charging in cameras and microphones all up in our faces I guess so so don't you see are you as dumb as you look we're not exactly supposed to be living here I don't like using the term but we're squatters basically whoa plus everyone's got their reasons for being here they came here to escape something you attract media coverage that blows their hiding place you get it now yeah I get it good go home home I don't exactly have one huh listen I promise I won't make trouble for anyone here so do you think you could let me stay for a bit no can do please I'll make it worth your while help you out help me but you think we help each other out like some big happy family we live by taking from others we're leeches that's our world it's a world where dozens of us crowd around a convenience store trying to claim half as many expired bentos if you stay someone else gets less to eat you don't want that we don't want that get out of here fine yes I should have expected that your wound isn't healed all the way and you haven't walked for three days it's no wonder you're weak I guess you'll have to rest here for a bit a little bit thanks under all that hard-ass talk you're actually a decent guy no I'm fucking I just don't want the shit that come down on us if someone dies here yeah yeah but still I owe you one well can't argue with you there so where do we start where do we start with what I'm just gonna hang around here fussing over you and since you're staying you gotta do what I say okay sure what's your name Ichiban Ichiban Kasuka huh that's pretty paranoid of you using a fake name and again you could be the first guy living here to do that you got a shit feel for names though fake ones gotta be more like that's my real name man oh oh really um okay sorry about that Ichiban don't wear it out and you are Nanba N-A-N-B-A let me guess fake name what do you think I think it's all the same to me good because it doesn't matter here anyway you got any money on you I hope you're not broke you're about to be disappointed then well in that case you're gonna have to start earning I'll teach you how why do I need money all of a sudden you kidding me actually just remember you'll have to get the chief permission to stay the chief he's been here a long time sort of maintains the peace sorry if I gave you the impression okay to me you gotta get his okay and your best chance of doing that is to show you can earn sounds more like a bribe if you ask me call it whatever you want you need it chief doesn't accept freeloaders if you don't work or if you're a liar or a cheat you're out so if you want is blessing you have to work your butt off make some money and prove you really want to be here naja das fand ich noch nie besonders gut ne but you never said how I should make the money I'll get you going luckily we've got some daylight left jaaa wir werden also für unser Geld arbeiten müssen oh da mocken wir auch wieder no I'm a here we go here we go where I said I'd teach you how to make money didn't I watch closely this is how we do it this is what you do for money kinda lame we can't afford to worry about looking lame man having pride around here it's a sure way to starve to death wait I don't think I found a 500 yen coin that fast? oh yeah it's my lucky day oh man cut my hopes up just to have them crushed haha alright now it's your turn go check underneath the other vending machines trash cans too sometimes people throw away stuff that we can sell I'm on it cool I'm gonna head back to camp come find me when you're done don't wander far there are a lot of dangerous dudes in this town right then yeah our Ichi is one of them then suche ich mal den Automaten und Mülleimer na supi du hast die Fähigkeit Schatzesuche erlernt drücke bei Suchpunkten in der Stadt X um Geld und Gegenstände zu erhalten wenn du das Glück hast findest du sogar seltene Gegenstände also halt die Augen nach Schätzen offen Tipps zur Stadterkundung Gold und Silbersafes in der Stadt gibt es einige verschlossene Gold und Silbersafes ein Gold Safe öffnest du mit einem speziellen Gold Safe Schlüssel Silbersafes kannst du alle öffnen wenn du einen Silbersafe Generalschlüssel findest in Gold Saves sind häufiger seltene Gegenstände zu finden also halt die Augen danach offen okay sagt ja keiner dass wir nicht einfach ein bisschen Schatzsuche betreiben können die haben mir die ganze Kohle weggenommen oder was Pause der geht einfach nur in Pause Modus der geht nicht mehr in ah hier tatsächlich alles weg auch die Gegenstände ja natürlich ich bin komplett geplündert worden selbst bei der Ausrüstung verdammt ich die habe ich ja echt ausgezogen hier wie die Drecksäcke aber das gibt auf jeden Fall Rache das war schon immer so ein bisschen die Steuerung von dem Spiel von Yakuza war immer ein bisschen schwierig 50 Yen ja wir haben noch andere Automaten scheinbar da kriegen wir schon irgendwie hin da mache ich mir jetzt nicht allzu sehr so viele Gedanken bei dann suchen wir eben ein paar Automaten ab bis wir ein bisschen Kohle in der Tasche haben Mist hier ist nichts ich glaube hier habe ich alles abgegrast ich sollte woanders weiter suchen ja ja how'd it go I tried but this was all I found hey chief this is the guy I was telling you about Und? Was willst du, Junge? Mein Name ist Ichiban. Meine Situation ist ein bisschen... Ich bin sicher, dass es faszinierend ist. Hauptsache ist, dass du getötet hast, richtig? Genau. Also, was du sagen? Wird ich hier, während ich zurückkehren? Ich bin nicht nur ein Survivor. Ich bin bereit, zu verdienen. Du verdienstest du das Geld selbst. Nicht, dass jemand es von dir nehmen kann. Oh, wenn du es nicht verletztest, dann bedeutet das, dass ich nicht bleiben kann? Ich wollte es nie. Ich möchte, dass es nicht Geld, die wir hier wirklich verdienen. Ja, ich mache. Wenn ein Neu-Kamer arbeitet und verdient Geld, dann zeigt uns, dass er unsere Haus nicht verletzt wird. Danke. Ich versuche dir, dass ich diese Geld zurückgebracht werde. Ja, wir sehen uns den Mund sich bewegen und er erzählt scheinbar die Geschichte. Das ist doch gut. Du hast einen Patriot hat jemanden, der für ihn 18 Jahre alt war in der Prisketie gesucht. Das ist eine interessante Taktik. Das muss man sich schaukeln. Ich weiß nicht, ob das wäre, dass ich mir sagen würde. Es ist schwer, wie ich fühle mich. Hier. Danke. Vielen Dank. Es gibt noch anständige Menschen. Sie müssen etwas Essen für dich selbst. Ich zeige dir, wie ich es dir. Lass uns um 5.30 Uhr, um dich zu beginnen. Kannst du? Das heißt, sie zu recycelieren? Es ist ziemlich früh, wenn du das machst. Es ist früh früh, wenn du die Krabbe gehst. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Ich werde da. Ich verstehe. Damit ist der kleine Ichiban wieder ganz, ganz unten angekommen, da wo er nie wieder hin wollte. Neben Story 1, Zupack-Mentalität. Okay, ich fange mal an mit dem Sammeln. Ja, schön. Ja, Leute, hinterlasst mir eure Meinung, was ihr bisher von dem Spiel haltet. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier erstmal ein bisschen Müll sammeln. Okay, das ist nicht ungeil. Ja. Ja, schauen wir doch mal. Hm, was ist das denn? Du brauchst einen Boost, schnappt er einen Energydrink. Energydrinks verleiht Flügel. Flügel! Drücke Y, um einen kurzen Tempo-Boost zu erhalten. Okay. Ja, mit Sicherheit, du bist nicht alleine. Du bist nicht der Einzige, auf der Suche nach Dosen ist. Wenn deine Rivalen nicht rammen, verlierst du deine Dosen an sie. Umgekehrt kannst du aber auch ihre Dosen stehen, indem du sie nach einem Boost rammst. Ja, das wundert mich nicht. Die Plachlosen in der Stadt suchen immer was Brauchbares. Man muss sich schon anstrengen, um dich zu verholen. Okay, habe ich verstanden. Wir müssen also auf Zeit radeln und so viel wie möglich einsammeln. Aber bevor wir... Nein, wir stehen mitten drin, also lassen wir das. Verdammt, das darf doch nicht wahr sein. Hat der mir jetzt alles geklaut, der Drecksack? Da hat der mir alles geklaut. Ja, wartet ab, bis ich euch kriege. Geht doch. Ziel erreicht, wenn die Quote erfüllt ist. Quote ist erfüllt. Ich hatte noch jede Menge Zeit gehabt, aber... Wart ist voll oder so. Auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, C. Naja, gut, okay. War jetzt nicht das Beste, aber... Immerhin. Alles gut. Bis zum nächsten Dosen-Sammlerrang noch tausend Dosen. In die ersten Öko-Punkte geben. Öko was? Naja, für die ganzen Dosen. Eine spitze Idee, wenn du mich fragst. Du kannst die Öko-Punkte gegen Bargeld, Lebensmittel oder Ranch eintauschen. Liegt bei dir. Einfach nur Geld macht die Sache schon wieder kompliziert. Da muss man dann Steuern mit eingerechnen, Angebot, Nachfrage, den ganzen Schwachsinn halt. Für Leute wie uns funktioniert ein Punktesystem am besten. Das ist wie herkömmliches Geld, aber ohne den raffgierigen Mittelsmann. 150 Yen. Na gut. Na gut, Waren brauche ich ja momentan nicht wirklich. Okay, da werden wir mit Sicherheit noch ein, zwei Runden mit anfangen müssen, damit wir ein bisschen was an Kohle zusammenbekommen. Aber nach dieser Zwischensequenz war es das schon wieder. Mensch, 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 die Folge wird viel, viel länger, wie ich eigentlich wollte. Egal, muss auch mal lange Folgen geben, ne? Hm. Ich habe meine Scheiße gemacht, aber mein Geist ist schrecklich. Das ist ein Leben für dich, aber ich weiß, dass du versucht hast, also ich dir ein bisschen was. Nur für heute, doch. Du sicher bist? Hm, ich kann dich nicht verlassen aus dem Hunger. Hm. Die Böden hat heute noch mehr Geld genommen, also ich bin und habe etwas. Die Begriffe können nicht wählen. Die Brüder, oder? Hey, ich habe nur gesagt, dass wir nicht so gut sind. Wow, ich habe nicht so gebläst. Ich liebe Brüder, in Wahrheit. Ja? Hell ja. In der Brüder, all wir hatten war Barley-Rice. Every single day. Aber eine Woche haben sie uns Brüder. Das war der Tag, ich freue mich auf. Really? Das ist einfach Brüder. Das Brüder ist das gut. Du hast, nichts ist Brüder über die Brüder. Alles ist schade, die Rüder, die Wände, und besonders das Brüder-Rice-Mush. Aber das Brüder, das Brüder, das war das Brüder der Welt. Ja, der ist auf jeden Fall lustig, der Kerl. Ja, aber er ist wieder ganz, ganz, ganz unten. Das war's, was ich warst. Zeit für die Brüder für die Woche, Freunde. Warte auf deine Brüder, mit deinem Geld und bereit. Wer ist dieser Schade? Zheng. Der Geldverlager. Er schützt uns, dass wir hier leben können, um hier zu leben. Was? Warum musst du ihm bezahlen? Ist das seine Land oder was? Nein. Aber das war die Regeln, bevor ich hier war. Du musst nicht bezahlen einen Mann wie so. Er sagt ihm, dass du ihn aufhörst. Vertraue mich, ich will den Mann in der Gesichter, wenn ich ihn sehe. Aber der Chef sagt, wir müssen Geld. Er macht? Ich habe gehört, dass Zheng ein Mitglied der Yokohama-Lyumang ist. Was ist das denn? Eine Chinesische Mafia, die in I-Gincho gegründet hat. Du willst sie nicht als dein Gegenwart. Sie werden sterben. Mafia, meine Arsch. Ich werde diesen Mann aus Ihren. Ich schaue dich zurück, um mich zu helfen. Nein, nichts zu tun. Der Chef hat bereits ein Gespräch mit ihnen gearbeitet. Wir müssen es tun, was der Chef will. Aber... Bleib ruhig. Verdammt, hast du genug Geld, um ihm zu bezahlen? 2,000 Yen? Nein, das ist nicht so weit. Ich bin so weit. Ich habe nur genug, um mich zu schützen. Schau, du besser schau dir da. Ich denke, ich werde ein Begründer sein. Whatever passiert, nicht so weit weg. Okay. Hallo, Namba-chan! Wie ist dein Geschäft? Gut? Ist es gut, wenn du im Haus bist? Nun, nun. Du wirst nie wieder zurück in die Gesellschaft mit dieser Attitüte. Außerdem, du hast ein liebiges Gespräch zu machen. Sleep und trinken all day, muss es gut sein. Du bist richtig. Entschuldigung. Hi. Namba. Ist diese Box zu dir? Ja, ich muss ein paar Sachen holen. Welche Sachen? Hey, wir schauen uns mal. Oh, warte. Kann ein Mann haben ein bisschen Privatsch? Du живst auf der Straße. Menschen wie du nicht haben Privatsch. Ich muss es immer wieder versauen. Ich weiß nicht. Das bedeutet, dass du hier in einer dieser fucking Tent? Wenn so, wir werden dir deine Rent-up-front. Cash-only. Es tut mir leid. Ich bin verletzt. Und wenn ich nicht, dann würde ich dir nicht meine Tasche. Huh. Wow, Namba. Nicht nur, du hast einen Kacki-asshole genommen. Aber dann versuchst du ihn als dein kleines Geheimnis von uns. Ich werde sicher, dass du das später verletzt hast. Hey! Namba-san saved mein Leben! Geh deine Hand aus ihm! Ah. Look who thinks he's a tough guy. Every now and then we get a newcomer like you who doesn't know his place. You guys bark loud, but you never got the bite to back it up. You go down whimpering like bitches every time. Put up your goddamn fists. Let's see if you're any different from the rest of this trash. Don't try to stop me, Namba-san. Stop you? Hmm. At this point he's gonna kill us both and dump us in the river. Und eigentlich wollte ich die Folge schon längst beendet haben. Die ist schon doppelt so lang wie sie sein sollte. Come on now! Check this now! Check this now! You're weak, yeah. You're in it now! Have fun with this! What's this? What's this? Hehehehehehe Taubenüberfall! Come on now! Der Schwitzkastenwurf, den haben wir neu gelernt. Okay, nicht schlecht. Mit schlechter Atem! Okay, wenn das ein Skill ist, dann mal los! Verdammt, nur gespielen! Okay, das ist gut. Das ist gut. Der Traumhaf, ja. Der Traumhaf, ja. Fumm! Ja, dann soll er sich mit dem befäftigen. Dann beschäftige ich mich mit dem. Ach, ich hab keine Gegenstände. Okay. Dann spürt er die geballte Faust. Und baum! Wer macht nur den anderen noch fertig hier? Taubenüberfall und drauf. Dann ist die Nummer 1 erledigt. Und die Nummer 2 folgt zugleich. Und nochmal die Tauben. Tauben ist gut. Hehehehe. Oh, dann geht mal direkt auf 600 Yen. Immerhin. Stufenaufstieg. Jobversager. Na, so. Jobobdachloser. Nee, ist auch nicht viel besser. So. Du f***er. Du kennst, ich bin in der Yokohama-Leomang. Du kennst, ich hatte einige Kalkulatoren. 2,000 Yen von jedem Bum. Gibt es ungefähr 100 K. Meine Mathe ist nicht großartig. Du sprach ziemlich großartig für jemanden, die Veränderungen zu holen. Du willst sterben? Das ist das, was du hast. Ich gebe dir eine Chance, um mich zu entschuldigen. Das ist das, was du hast. Du hast mich zu entschuldigen. Das ist das, was du hast. Du hast mich zu entschuldigen. Entschuldige, wenn du jetzt möchtest. Du hörst? Ich bin nicht entschuldig für was. Du wirst das nicht. Du wirst das nicht verletzt. 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 Wir sind die größeren Mafie in Yokohama-Leom. Ich glaube, deine Freunde sind sich selbst verletzt. Sie wissen, was kommt. Ok, also ich nehme, dass alle großen Jungen, die du in den Platz bringen, um uns in unsere Platz zu bringen, sind besser kämpfler als du? Du wirst das nicht verletzt. Nein, wirklich. Wenn wir sie erwarten? Wenn sie sie nicht verletzt, wenn sie sie mit den Hobos geteilt wurden, die sie verletzt verletzt hat? Wie werden sie das nehmen? Oh! Wir haben uns der Schmieds der Kugel! Und dann, wie? Die werden sie die F-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K? Jungs, dein Oficier ist an das Bord. Du wirst nur die Schammer der Leu-Lame verletzt. Du hast niemals die Hallo gemacht?! Das ist nur so wie diese Dinge geht. Ein Gangster wie du, sollte das wissen. Oficier nicht nur los und schützen ihre Minions aus allen kleinen Streets-Fight. Puh! Namba, ich werde mit deinen Pansy-Assen nachher, nachdem ich deine neue Meatshielde auszunehmen. Hör auf! Das ist nicht Lioumang-Ter. Oh, wirklich? Ha, also du hast noch weniger Leverage als ich dachte, Zheng-Chan. Oh, ja? Ich weiß nicht viel über Yokohama, aber ich bin sicher, dass die Gange hier wirklich strikt sind. Wenn du auf die Grenze schlägt, um uns zu schlagen, ist das eine Verabschiedung? Also, du hast nicht nur getötet, du hast verabschiedet. Honestly, Mann, ich würde das nicht sogar sagen, wenn ich dich wäre. Unless du, du willst deine ganze Gange machen. Ja, aber recht hat er. Ja, ich weiß nicht, was ich? Ich kann mich auf das, eigentlich. Die Unterschiede ist, ich habe gelernt, nicht zu schlagen, die weniger als ich. Hör auf! Ich lasse dich jetzt schnell weg. Los geht's! Hey, bringe uns etwas zu essen nächste Woche, bitte? Das war irgendwie gut aus. Jetzt können wir keine Angst. Unrecht hat er nicht, das Risiko war groß. Mensch, Mensch, das ist ja tatsächlich schon zwei Folgen auf einmal. Na gut, dann machen wir hier raus Folge 9 und Folge 10. Ja, ich glaube, wir müssen noch jede Menge lernen. Okay. Okohama, never to be seen again. Serio Clan, ne? Okay. Hört sich nicht verkehrt an. Okay. 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 Cold War is like a powder keg. Any teensy bit of friction can trigger a huge explosion. Oh, okay. I mean, would you wanna stick your hand into a powder keg and risk setting it off? Hell no. Exactly. So, as long as this cold war is going on, no one can stick their hand into Yokohama. Yeah. I get it. There's so much tension. Everyone's scared to make a move, but it's amazing that there's never been a war on the inside then, isn't it? Yeah, I try not to think about that. They can all be pretty vicious. This city would turn into a goddamn crater if that happened. Maybe there's a reason it hasn't. A secret reason. You ever think of that possibility? Like, what if the aging three leaders are pretending there's a cold war so they can sit back and relax? Not a chance. Each gang leader is desperate to be the strongest. Everyone knows that. Whatever the opposite of relaxing is, that's what they're doing. They're gathering strength. Which is just adding more powder to the keg. Scary, isn't it? But for the Yokohama underworld, that's just the way things are. Why are you telling me all this? So that I'll be more careful? More or less. You've already been pretty damn lucky in my opinion. Lucky? Me? Yeah, yeah. I know your traitor Patriarch shot you and all. That was unlucky, sure. But then someone brought you here to Yokohama. The one place in all of Kanto, where there's no Omi at the moment. The place where they can't even get in. You're safe from them. Thank you. That's right. I don't know how long you can just hang around any jean show though. I'll go on and leave. I won't stop you. Yeah, I think I will. See if I'm lucky out there too. What the hell was that for? You won't get far with that still healing. You'll be dead in a ditch. I could have done without the demonstration. 10.000 Yen. 10.000 Yen. What's that? Hide it, Ichiban. Why? Did you see that? That was a 10.000 Yen bill! Yeah, 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 yeah! Hey! Hey! Calm down! Hey! Hey, look! I think I dropped a 10.000 Yen bill around here just the other day! You're talking out your ass. It's Ichiban's money. Hey, what? Actually, I have no idea how I got this. Told you it was mine! Hey, give it back. Oh, you Kichi-chan, my old friend. I thought I'd never see your face again. Let me just clean you off a bit. Aren't you beautiful? What the hell? What's wrong? Oh, look at this. The back of it is blank. I think it's just stupid play money. Wait, hold on. That's definitely not play money. The front looks way too much like a real bill. I mean, look. It even has a watermark. For real? They wouldn't put watermarks on play money, would they? So you're saying it's real, even though it's half blank? Like, hey, does that mean it's worth $5,000? Oh, dumbass. It means there's only one thing it could be. It's a geopie. That shit's not even mine. You said you just dropped it the other day. What's with that? Do I look like someone who would have that much? I would have spit it already, man. Come on. Obviously. I'll cut it out, you two. But it's yours, right? Why did you have it? Why would you bring that shady shit here? We don't want any trouble. Come on, man. This guy's bad news for the whole camp. We can't let him stay here. I say we kicked him out. I told you. I don't know where it came from. I don't even know where I'd get a fake bill. Liar! How did it end up in your pocket, then? Wait. Wait. Let's think about this for a second. Ichiban's pocket where he had the bill is a huge bullet hole in it. So if the bill was in his pocket at the time he got shot, doesn't that mean that you'd have a hole in it, too? But look. It doesn't. And there's no way Ichiban could have put it in his pocket after he got shot. And he's barely even conscious. That could only mean someone must have put it there after he fainted. Who would do that? And why? Now look at me. I have no freaking idea. It was probably whoever brought him here. You got an idea who did that? Probably not, huh? Nope. It's as much a mystery to me as it is to you guys. I don't know why I got dumped here. And I don't know why I have this bill. Seriously, I don't know a goddamn thing. You've got to believe me. Who cares? Look, we're already on thin ice here and none of us want to give the police an excuse to raid us. So let's just get rid of that thing. Throw it away and stop causing trouble. You two are the ones making a scene. How about I bring this to the chief? Eh, Nanba-san. Don't do us like that. Look, I get it, okay? I'll make you a deal. You take it easy. I won't start anymore trouble. We good? Fuck you, man. Langsam nimmt die Sache ein wenig Form an hier, ne? Langsam wird's durchaus interessant. Da ist also noch mehr im Busch. I don't know where else to go. I don't. But anywhere would be better than here. What? I walked around all damn day and how good did that do? I mean, there's gotta be tons of jobs out there which pay more than this. There's just gotta be. Yeah, probably. Well, if you think so too, then let's go find one of those. Oh, sure. Got any leads? Know anybody who can give us a reference? How about a resume? Oh, hey. I know. We could find something at Hello Work. Man. Easier said than done. Listen up, everyone. Hey, what are you doing? Guys, guys. Why are we living like this? Has anybody here ever gone to Hello Work? Huh? Sounds like a big fat no. But you're all perfectly healthy. I've seen some of you build shit. I've seen some of you cook. You have skills. So why aren't you trying to find jobs? Just gotta get up and do it. Come on. You really want to keep living like this just to avoid taking some risks? Don't you see you can change if you want to? Or do you all just want to die here? Well, I don't. I say we go and find some decent jobs. Anyone who whines about it, I don't mind dragging you. Shut the fuck up. Do you seriously think we're all here because we want to be? Nah. You said everyone has their reasons. I get that, man. But come on. You still gotta try, don't you? Better than living like this. A little effort can land you a job. Even if you have a criminal record. Have I driven on your visor there, you know? What the hell you're talking about? Why not? First of all, only a few of us. Jo, is ja gut. Ich mach den Controller ja wieder an. Mein Gott. Musst du mich so erschrecken. Ja, ich denke schon. I don't think we're out there looking for us. Parents and kids. Hoping we'll come back. And for as much as some of us would love to go back, we can't. Not when we're still so broken. And you think you can fix all that with just a quick trip to hell of work? They get back on the grid, then all the problems and enemies from their old lives are gonna pop right back up. Did you ever think of that? You think we're just too lazy to work? We all want a job and a living man. But we can't just erase all the things that keep us from having them. So it might not look like much to you, but they're trying! I'm... Sorry. You can't force people to be just like you. So knock it off. But I'll give you this. You're not totally wrong. What? You made a good point about having a criminal record. We do have one felon here lying low. Who? Me. But you said you used to be a nurse. What did you do? It doesn't matter. But maybe I found some motivation in that stupid little speech of yours. I have to try anyway. So I'll come with you to hell of work. I'll see what it's like to take you at least the first step out of the gutter. Du hast ein Namba gefangen. Herzlichen Glückwunsch. Kasuga kann einen neuen Skill einsetzen. Tag Team Essence des Chaos. Okay. D-d-d-d-d. Nambas Leben auf der Straße hat seine Widerstandskraft gegenüber Vergiften und Erkelten gesteigert. Ja gut. Dass ich mich jetzt in einem Kampf unbedingt erkelten werde, ist eher unwahrscheinlich, glaube ich. Aber was hier jetzt wichtig ist, ist erst einmal abzuspeichern. Und euch darüber zu informieren, dass diese Doppelfolge jetzt doch ein Ende gefunden hat. Ich danke euch erstmal ganz herzlich, dass ihr dabei geblieben seid und auch bis jetzt geschaut habt. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass ihr die Videos auch wirklich bis zum Ende guckt. Ja. Und ihr dürft natürlich gerne einen Daumen hoch, Daumen runter da lassen. So wie euch das Video gefällt oder auch eben nicht. Das ist eure Sache. Überlasse ich euch. Ähm. Das übliche in der Mitte gibt es jetzt gleich das Kanal-Logo links und rechts davon jeweils ein anderes Video mit anderen Inhalten. Schaut einfach mal rein. Es lohnt sich. Ich habe noch viele, viele andere Videos online, ja. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und das war die längste Folge Jakusa 7 Like a Dragon. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Für heute bin ich raus. Euer Frank von Big Frank Gaming. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.